So, dann... ...wollen wir doch mal hier oben gucken. Ups. Okay, hier ist nix. Oh, der Sound ist wieder leise, sorry. Zwischendurch mal Minecraft, äh, halt abgestürzt und... ...ja, da kann sowas halt schon mal passieren. Oh, nee. So. So, da sind wir. Oh. Warte, Skelett, warte, so. I'm ready. Steinschwerter halten echt nicht lange. So, hier sind noch überall Treppen, beziehungsweise Leitern. Aber erstmal gucke ich mich hier um. Mhm. Oh, ha. Da. So. So. So, ähm, vorne. Da haben wir uns drum gekümmert. Torches. Torches, noch mehr Leitern, wunderbar. ... Okay. Hier ist eine Kuh. Irgendwo. Hier ist wieder nichts. Okay. Hier auch nicht. Nee. So. Okay. Scheint so, als wären wir nur bei den... ... zerstörten Mauern weiterkommen. ... zerstörten Mauern weiterkommen. Angesagt. So. Äh, bei den zerstörten Leitern meine ich. Oh. Au. Aua, aua. So, ähm, so. Guck mal. Ah. Ja, kämpft gegeneinander. Das finde ich immer sehr gut. Oh, ein Fleck. Stirb. Du auch. Und... So. So. Aha. Hurra! Fünf Splitter hast du bereits gefunden. Laut einem Spion soll der sechste Splitter südlich der Stadt in einem kleinen Wäldchen sein. Aha. Diamantschwert. Oh. Also man kommt hier sehr schnell an Diamantausrüstung. Oh. Stirb doch. Los. Stirb. Aua. Geht doch. Dim dim dim. Ähm, ja, sonst war ja auch nichts mehr, ne? Hm. Oh. Okay, so. Ähm. Brauche ich den Kuchen nochmal hingestellt? Ich glaube ich hier hingestellt, ja. So. Ja. Sonst scheint hier wirklich nichts was zu sein. Gut. Dann, ähm, machen wir uns mal wieder auf. Südlich der Stadt. Fünfter Splitter. Geht klar. Geht klar. Hm. Ähm. Was ist das hier? Ne, das ist der Norden, also genau andere Richtung. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und der Süde müsste dann da lang sein. Richtig? Ja. So. Hopp. 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 So. Fünf Splitter zum Graben erfordert. Und deine vergrabenen... Und deine vergrabenen was? Oh. So. Um. Hmm. 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 Du 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 du... Nein. Oh. Huch. Stimmt, ja. Oh, hm, nee. Huch. So, ja, hier ist der Spawner dran. Ja. Nein. Hm. Hier gibt's viele Bäume. Nein. 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 Hm. Ich denke mal, hier sind wir wahrscheinlich schon zu weit raus. Jetzt machen wir ein paar Äpfel. Ja. Er hat keine Manieren. Unter einem Baum oder einem vergrabenen... Joa. Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung. Hm. Hmm. Hm. Hmm. Hm. Nein Nein Aha So, Sekunde kurz, ähm... Okay So... Jetzt müssen wir da oben zu diesem zweifeiligen Baum, wenn ich mich recht erinnere Ja So Und jetzt Da rein Hm Seht so aus Hm Ganz schön tief ab hier So... Lagerkiste Lagerkiste Oh Wohl ne, daraus kann ich nachher noch Paar Fackeln machen Hm Hm So... Nein 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 Dann machen wir da noch ne Fackel hin, damit hier nix spawnt Huch Aha Okay, lassen wir die erstmal gegeneinander kämpfen hier So Ui Ähm Hier war irgendwo... Auah Da ist der Spawner So Verschließen Dann können wir uns Um die doofen Viecher kümmern Ei 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 Aua Ich lass die nicht nach... Ey Kommst du denn hier? So 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 Äh Ne Damit So So Alles klar So Ähm Fackel hier dran Dann Äh Warte, 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 Skelett Äh, so Jetzt kannst du sterben Stopp, stopp Ui Ne Ich geh erstmal hier lang Ähm Fackel Okay So Hallo Hallo Zombie Wah Stuch 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 Äh 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 Ja Äh Tadaa! Ähm... Oh! Ah, Leck! Oh... Das hat Minecraft wieder abgeschmiert? Sekunde...